The Pathfinders have to find their way over flushing Zeeland, directing to Wuppertal. Conditions are excellent. I wish you good luck and safe return. 1943 ist der Übergang von Bombardierung zu Massenvernichtung. Die erste Angriffsfläche ist das Ruhrgebiet und die Höchstzahlen waren 500 bis 700 Tote. Dann wird ein erster Feuersturmangriff auf Wuppertal im Mai 1943 geflogen mit 4.500 Toten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020